Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Sword Art Online. Alisation Lycoris. Ähm. Wie soll ich das jetzt sagen? Es gibt einen scheiß Cube Shop. Ist mir gerade aufgefallen. Jetzt fragt ihr euch, was ist ein Cube Shop? Also, es schaut für mich aus. Ich habe keine Tickets, ich konnte nichts einlösen. Muss man wahrscheinlich kaufen mit Echtgeld. Ähm. Wieso? Wieso Lootboxen? Nur Cubes halt. Kann ich eigentlich noch jemand anderes in meine Gruppe schmeißen? Analyse User kann ich nicht rausnehmen. Nehmen wir noch die Leastbetten mit als unseren Tank. Ähm. Ja, genau. Lustigerweise geht dieser komische, äh, Sword Art Online Shop bis jetzt immer noch nie. Oder er ging bloß gestern nicht, weil Wartung dann umstanden ist. Aber scheiße, was denkt ihr, wie groß das dieses Spiel wird? Ah, diese Karte. Oh, ist ein etwas trauriges Ort, Yuji? Ja, ich glaube, ich glaube, ich bin hier mit Alice zusammengekommen. Alter, klar war die damit alles, Mann. Das Ding ist fünf Meter vom scheiß Dorf weg. Wer da nicht war, weiß ich auch nicht. Entschuldigung. Alice Zubelk und hier. Was haben wir hier gemacht? Was haben wir hier gemacht? Nein, ich glaube, das ist nicht gut. Ich denke sich nicht, ich glaube, ich war nicht bewusst. Oh, Yuji, ich will sagen, was das nicht? Eh, aber wirklich, das ist wirklich lämig. Aber ich bin wirklich騙scht. Also, ich bin hier mit Alice und hier, und dann... Ich bin hier, woher... Ich bin hier in der Zwischenzeit. Ich bin hier in der Zwischenzeit. Ach, ich bin hier in der Zwischenzeit. Ich bin hier in der Zwischenzeit, Ich weiß, dass ich so schön war. Ich habe nach Hause gesagt, Alice ist und ich bin ohne Bein. Ich habe schon mal gekauft. Ich weiß, dass ich mich mit Yurjiu und Kirito, die ich mit drei Menschen hatte, das sich zurückkehren. Das ist wahrscheinlich so. Ich weiß, dass ich mit drei Menschen hatte, Wir tauchen hinunter. Was? Leute, was ist das jetzt gerade für ein Thema, Alter? Aber okay. Was ist das? Was? Was? Was ist das? Was? 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 Ich habe auch schon seit 6 Jahren gearbeitet, oder? Ja. Ich glaube, dass ich mich nicht mehr als Kirito gekommen bin, dass ich mich nicht mehr überrascht habe. Gute Nacht. Alice Zubelk ist hier gekommen. Ja, ich habe immer noch einen Kuchen gemacht. Ich bin sicher. Ich habe mich mit dem Kuchen gesucht, und ich habe mich mit dabei. Es war so gut, wenn es ein Pai drin war. Ja, das war es. Es war es sehr süß, mit dem Pai und dem Pai drin war. Es war es auch sehr gut, und es war es sehr gut. Was ist das so? Ich habe es gedacht. Was ist das? Nein, ich habe drei zusammengebracht. Das ist mein Geheimnis. Was ist denn? Du bist so ein Essen, oder? Ich will nicht sagen, aber... Vielleicht ist das so. Du bist so. Ja, du bist so. Ja, du bist so. Du bist so schön, Alice. Aber du bist so schön. Du bist so schön. Du bist so schön. Du bist so schön. Das war's für mich. Ja, was du denkst? Entschuldigung, Alice. Du bist nicht einfach. Es geht nicht. Ich verstehe. Alice hat immer versucht. Was ist das? Nein. Ich glaube, Alice 2-Berg ist ein sehr wichtiges Mensch. Ich glaube, es ist ein sehr wichtiges Mensch. Ich glaube, Alice ist ein sehr wichtiges Mensch. Und jetzt. Yuzio? Ich habe mich über die Beobachtung gemacht. Yuzio, hast du etwas gemacht? Das ist gar nicht. Ich habe mich für den Kuchen-Synden. Ich habe mich über den Kuchen-Synden. Oh! Vielleicht ist es noch ein Kachikach-Kach? Nein. Ich habe mich nicht an, als ich heute arbeite. Ich habe auch den Pfannen aufgeliehen. Das war ein Kuchen-Synden. Du bist so, wieviel. Ich habe mich für Aris damit. Ich habe einen Kuchen. Ja, das stimmt. Was ist das? Was ist das? Warum? Ich habe nichts mehr gemacht. Ich habe nur... Just... Für mich, Kirito. Ich habe mich für drei Punkte genommen. Ich habe mich nur einen Kuchen mit. Heeeey. Hehehe. Ich bin nur nah, aber ich habe nur so weit gefühlt. Ich habe noch ein paar Wochen nach dem Essen geblieben. Oh. Moment, ist das? Ja genau, ist das ein Supermarkt? Hä, nein, warte. Ähm, das ist der Übel. Der Gigaceter ist ein Bastion und eine, upla. Warte mal, willst du mir jetzt erzählen, dass die da Pause gemacht haben? In aller Ruhe gefressen und gelabert haben? Und die fünf Meter weiter, äh, upla gesehen haben? Hm. Ich habe nichts gesehen. Wir schauen einfach weg und fressen weiter. Es ist euer scheiß Ernst, es ist halt wirklich so. Es ist fünf Meter weiter. Was soll er das Ding vor? Alter, was ziehe ich dem Ding ab? Boah. Warte mal. Was ist jetzt los? Mach ich gerade nicht. Ich kann niemanden angreifen. Ich kann bloß die anderen angreifen. Ah, jetzt halt. Alter, das Ding verwirrt einen. Warte mal. Warte mal. Der Jusher ist tot. Oh, wahrscheinlich weil ich den gekillt habe. Äh, zu viel drauf. Ich kann echt an die anderen angreifen, ne? Ich warte mal. Ich warte mal hier. Warte mal. Die anderen greifen sich auch gegenseitig ab. Darf ich jetzt wieder? So, jetzt aber. Ähm, du kannst doch weiter kämpfen. Ah, Jusher ist auch wieder dabei. Oh, wir sind jetzt ein Bad Swiper. Zaaack. Es ist immer noch Schwachsinn, dass sie da hinlaufen. Ich kann also, wenn du dich in der Zukunft die Leute in der Vergangenheit schicken willst. In aller Ruhe über die Vergangenheit labern während dem Monster nebenan steht. Bloß eine Rieskipflanze. Und in aller Ruhe Zeug fressen. Hm. Wir sollten die Leute retten. Aber ich muss erst mein Zeug zu Ende essen. Oh, wahrscheinlich hat sich dann ein paar Kulantel gekauft. Aber wie soll's jetzt? Ich kann noch ein bisschen einen Rurit gucken? Alice? Nein. Das ist alles halt nicht. Wir haben den Zahnkopf aus Kulantel gekauft. Ich habe es geschafft, aber ich wollte es sehen, aber ich habe es nicht mehr Zeit. Aber ich habe es gut gesehen. Moris? Ja, das stimmt. Dann kommen wir alle zusammen. Das ist... Es ist gefährlich! Yuuji, bist du okay? Ich bin okay, aber... Was ist das? Was hast du? Ich habe keine Koffer! Ich habe es schon vorhin... Ich habe es sicher, dass ich mich nicht verletzt habe. Oh, das ist nicht möglich. Hä? Was bringt denn da mit Diebstahl was? Hä? Was bringt denn da mit Diebstahl was? Ahhhh Ah Super Ok 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 Nur etwas kompliziert. Nur etwas kompliziert. Ich weiß nicht, dass ich den Namen nicht mehr verletzt habe. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr verletzt habe. So, ich bin sicher. Dann können wir alle zurück in den Namen. Das Bein so ein bisschen rausstreckt und so und einer hält an, oh, willst du mitfahren, Schätzi? Und sagt, ja, wir wollen mitfahren und dann kommen noch 20 andere raus. Ähm, ja. Oh, Scheiße. Die übernimmt doch die alle wieder. Reden wir über die Wanderer. Wie ist das hier? Alle waren in der Stadt, aber ich dachte, dass es nicht so weit ist. Und ich habe auch noch einen Bein, die sich in den Nachmittag zu sehen, und ich hatte auch noch einen Bein, und ich hatte auch noch einen Bein. So ist das? Das sind die Leute? Ja, sie sind. Sie sind ein Geist. Wir haben uns geholfen. Alter, wie denkst du über diese Kinder? Nee. 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 Ja. Alles klar, Alice. Ich habe mich sehr, dass ich mich nicht von Alice und ich verletze. Nein. Es ist nicht so, was ich? Ich habe wirklich zu viel gemacht. Aber ich habe mich schon über die Beobachter auf die Vorfeldung. Alice. Alice, ich habe viele Informationen in diesem Land geöffnet, und ich habe es verstanden, dass ich mich in diesem Land verstanden habe. Ich denke, dass sie alle Dinge zu tun haben. Alice? Ich denke, dass sie die Dinge komplett verstanden sind. Aber ich habe gesagt, dass sie nicht nur jemanden sein will, dass sie nicht zu sein. Es gibt Dinge, dass sie das Land zu retten haben. Oh. Aber wir haben keine Ahnung. Die Reise sind nicht möglich, und die Ehepaar-Sie sind nicht mehr. Wir müssen viel mehr Menschen mit den Geistellen zu beantragen. Das ist ein Mensch. Wenn man so bezeichnet wird, dann kann man es nicht antworten. Aber wir haben die Geistellen, die uns mit meinen Geistellen zu beherrugen, Sie haben die Geist und die Geist und die Nachrichten zu holen. Sie sind für die Handelsbewegung der Vorbereitung. Das war ein Geist? Sie haben keine Geist für sie, was Sie? Sie haben nicht gesagt, wie lange er sich vor? Das war die Kinder der Vorbereitung der Vorbereitung. Die Veranstaltungen werden nicht mehr geholfen. Herr Medina, Sie können Sie das gleiche sein? Ich habe eine neue Nachricht gefunden. Was ist das? Das ist eine neue Nachricht. Das ist eine neue Nachricht. Das stimmt. Danke. Das ist das, was ich. Das ist das, was ich. Das ist eine neue Nachricht. Was ist das, Alice? Das ist das, was ich. Ich werde mir das. Ich werde euch die Schleuchte-Rollern sagen. Es gibt es zu sagen, die Frauen können. Ich habe es einen Angriff. Man muss sehr, dass wir uns nicht machen können. Ich habe es eine Nachricht. Das war die Nachricht. Vielen Dank.